Hi, mein Name ist Stefan und ich stehe hier vor dem neuen Ausbildungscenter der Kersborg Geländefahrzeug AG. Und wenn auch du wissen willst, wie es von innen auch sieht, dann komm doch einfach mal mit. Nun befinde ich mich in unserem Azubi-Center. Unsere Werkstatt ist top ausgestattet und ein ganz großes Highlight ist unser eigener Pistenbully, an dem wir uns frei austoben können. In unserer Werkstatt verfügen wir über alles, was man für eine erfolgreiche Ausbildung braucht. Zu unserem Equipment gehört unter anderem eine Reifenwucht- und Montiermaschine, Schulungsmotoren und sogar eine Hebebühne mit einem Bremsenbruchstand. Hier im Schulungsraum erarbeiten wir uns theoretische Inhalte, die wir anschließend in die Praxis umsetzen können. Natürlich ist auch unser Ausbildungsleiter Schuster immer vor Ort und steht uns bei allen Fragen und Tätigkeiten zur Seite. Hier im Obergeschoss befindet sich unsere Denkabrik. Hier können wir Besprechungen durchführen und unseren Ideen freien Lauf lassen. Das Beste kommt immer zum Schluss, denn wir haben sogar unseren eigenen Aufenthaltsraum, in dem wir unsere Pausen gemeinsam verbringen können. Wenn auch du Teil unseres Teams werden möchtest, dann bewirte dich jetzt. Wir freuen uns auf dich!